Aus gegebenen Anlass gibt es mal wieder ein YouTube-Video. Ja, ich bin in den Bergen und das ist so schön hier. Das muss ich euch einfach mal zeigen. Ich komme gerade aus unserer Hütte und ich mache mal so einen guten Umblick. Ach, ich zitter ein bisschen. War gestern doch stressig. Wir sind zwölf Stunden Auto gefahren und natürlich mit viel Pausen zwischen. Aber das war schon echt krass. Aber jetzt sind wir da und guckt euch das mal an. Das ist unser Panorama. Ey, ist das geil. Ich freue mich so, ehrlich. Ja, echt geil. Unser Hütchen, ja. Und dann, tja, haben wir hier. Das finde ich auch super. Ich bin ja Klempner, ne? Und hier ist ein Wasserhahn, den kann ich nicht abstellen. Da kommt immer frisches Wasser raus. Guck mal. Ja, genau. So. Das war es eigentlich schon. Ich wollte euch das bloß mal kurz zeigen. Und ja, ist einfach herrlich. Überhaupt auch barfuß hier auf den feuchten Wiesen rumzulaufen. Und so. Ja, ist klasse. Ach so, was ich euch noch eben zeigen könnte. Ich habe mein Schlagzeug mitgenommen. Geht ja gar nicht. Ja, hier habe ich es mir gerade bequem gemacht. Gehen wir mal gerade rein. Gehen wir alles grüßen. Ja, guckt euch das mal an. Mehr geht nicht. So. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Und ja, ihr könnt ja mal kommentieren. Wenn ihr wollt, kann ich das mal wieder öfter machen. Viel Arbeit ist es ja nicht. Aber ja, ihr könnt euch ja mal melden. Bis dahin macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Euer Bob.